Drei Mario Kart 8 Ausraster, bei denen mein Controller geflogen ist. Bei Platz Nummer 3 habe ich gedacht, dass ich Erster werde, aber hat nicht ganz so gut geklappt. Er hat zwei Sachen zu blocken, Alexander! Hey, mein Kanal! Wie kann man so ein Bananen-Chiller sein wie mein Kanal? Und mich herunterschubsen, dass ich vierter stelle? Platz Nummer 2 wird dir passieren, wenn du jetzt nicht reinfolgst. Aha, Maluigi Flipper ist die größte Rotsmap, die ich jemals im Leben ein Leben gespielt habe, Alter! Ja, wie hast du denn noch alles? Evaluigi's Rotsmap, Alter! Nein, das... Und bei Platz Nummer 1 hat ein Zuschauer extra angehalten, um mir kurz vorm Ziel noch einen reinzudrücken. Ah, meine Nasche, bleib stehen! Und es ist die Bombe, einfach nur, um mich hops zu nehmen! Was war das denn? Immer diese Stream-Sniper. Banz klar!